was geht leute willkommen auf meinem channel folgendes es gibt viele leute da draußen die uns täglich fragen wie bekommen sie denn bei uns einen termin ganz einfach ihr schreibt uns bei instagram ihr schreibt uns auf youtube ihr schreibt uns bei whatsapp oder ihr ruft an und habt alle immer dieselbe frage ach so eine e mail schickt ihr uns auch immer ist mir aufgefallen ich wusste gar nicht dass das so krass noch angesagt ist dass man per e mail verkehrt nachrichten hin und her schickt und so finde ich voll krass also seitdem wir jetzt diesen laden hier haben muss ich mich wieder mit e mails auseinandersetzen was natürlich total geil ist wie sie genau bei uns einen termin bekommen je nachdem was du für ein tattoo motiv gestochen bekommen möchtest oder halt deine idee die du im kopf hast so wirst du quasi ein kategoriert bei uns im studio bedeutet hast du was mit was viele linien hat oder was gedottet werden muss oder es ist ein mandala oder sonst was das in die richtung geht würdest du bei holger ein termin alles was nur rein schattiert wird wie porträts oder halt ich erzähle gerne geschichten auf der haut was er in so ins realistische geht wird bei mir tätowiert es gibt aber natürlich auch ausnahmen je nachdem und ihr könnt bei uns von donnerstag bis samstag beim wazubi euch melden und einen termin vereinbaren in der zeit ist er da und da könnt ihr euch gerne mit ihnen auseinandersetzen am besten ist natürlich immer wenn ein studio kommt es ist für uns das a und o dass die leute wenn sie uns schreiben dass wir also wir haben nicht viel zeit deswegen beantworten wir das ganze immer mit kommt bitte in den laden um alles weitere zu besprechen denn wir haben nicht so viel zeit weil wir hier die ganze zeit zwischenzeitlich hacken und wir haben hier keine ja wie soll man sagen gesprächszeiten das wird halt einfach oder sprechzeiten nennt man das ja auch beim arzt sowas gibt es bei uns nicht deswegen nehmen wir uns die zeit sobald ihr hier seid egal um welche uhrzeit ihr könnt einfach vorbeikommen und wir reden miteinander und dann solltet ihr wenn ihr euch sicher seid ein termin bei uns machen zu wollen oder erstmal kundigen okay gut ist alles schön und gut aber dann müsst ihr das nächste mal oder halt beim ersten mal eine anzahlung vorbeibringen je nachdem wie teuer das motiv wird wird das auch mit der anzahlung sein meistens dauert es ein bisschen bis wir auf den nennen gekommen sind weil jeder hat ja irgendwie so seine idee im kopf und letztendlich muss der tätowierer dass er mit dem kunden zusammen entscheiden viele wollen was heißt viele also viele kommen hier rein und haben halt ein motiv im kopf oder wo haben genau schon eins auf dem handy was sie uns zeigen was sie genauso tätowiert haben möchten sowas kommt bei uns nicht vor er wirklich richtig selten mittlerweile dass genau das so tätowiert wird besonders wenn es ein tattoo schon ist weil wir klauen keine andere motive von anderen tätowieren deswegen ist es meistens so dass wir uns das selber ausdenken was wieder machen oder zusammenschnippeln aus mehreren anderen gegenständen ideen motiven wie auch immer ihr wisst schon was ich meine und dann ist unser bild fertig bedeutet um es einfach auf den punkt zu bringen kommt vorbei wenn ihr fragen habt ihr könnt ihr natürlich auch weiterhin gerne stellen per jeder social netzwerk kanälen also sprich e mail instagram whatsapp facebook und was es nicht alles gibt könnt ihr uns alles fragen was ihr wollt aber meistens wird die antwort sein dass ihr vorbeikommen sollt denn ich finde es ist am wichtigsten wenn man sich gegenübersteht und das ganze bespricht ich finde das ist in real ist es einfach besser das ist einfach so die ältere generation sagt ja immer ja ich kann mit dem handy nicht so richtig umgehen und was soll denn das warum trifft man sich denn nicht einfach in echt ja da haben sie tatsächlich recht auch die ältere generation hat heutzutage manchmal noch recht und zwar ist es so ein punkt wo ich sagen muss ja das stimmt es ist verdammt wichtig bei sowas dass man jetzt kommt der typ mich an hat mich völlig aus der fassung gebracht man ich nehme gerade hier auf ja da hat die ältere generation recht es ist es gibt nichts besseres als persönlich miteinander das ganze zu besprechen in diesem sinne jetzt wisst ihr bescheid wie man bei uns einen termin bekommt bis denn antenne haut rein